Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkessel-Küche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie scharfe Sachen aus Italien. Wir machen Spaghetti alla Puttanesca. Wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Alla Puttanesca. Habe ich, muss ich ganz ehrlich sein, vorher nie gehört. Aber Gott sei Dank gibt es ja Dr. Google, den kann man fragen, der weiß alles. Übersetzt heißt es so viel wie nach Uhrenart. Ich weiß gar nicht, ob man das bei YouTube sagen darf. Ich sage es trotzdem, denn es ist nun mal ein klassisches neapolitanisches Gericht. Die Soße, also die alla Puttanesca, ist wirklich was Außergewöhnliches. Mit Oliven, mit Kapern, Chili ist drin, also etwas scharf, etwas würzig und eine meiner Lieblingszutaten, Sardellen. Die kommt natürlich auch rein. Wir blenden euch das jetzt hier mal ein, was man noch so braucht. Wir haben passierte Tomaten oder Tomatenpüree. Wir brauchen Tomatenmark, Oliven, Kapern hatte ich schon gesagt, Zwiebel, eine Chilischote. Dann haben wir eine Knoblauchzehe hier vorne. Die habe ich schon mal ein bisschen kleiner gehackt, weil ich vergessen habe, dass das normalerweise auch der Thermomix machen kann. Sardellen, ein ganzes Glas voll, Olivenöl und natürlich Nudeln-Spaghetti. Wasser brauchen wir natürlich auch, ganz klar, wichtige Sache, ohne Wasser kann man keine Spaghetti kochen. Aber jetzt fangen wir mal an mit den Puttanesca. Als erstes zerkleinern wir die Zwiebel und den Knoblauch. Natürlich hier in unserem Thermomix. Ich habe es eben schon gesagt, den Knoblauch habe ich schon vorgeschnitten. Und ich weiß nicht, ob euch das auch manchmal so geht. Du bist am Schnippeln und denkst, ja, mach es mal schön klein. Und dann fällt dir ein, na, hättet ihr eigentlich auch der Kessel machen können. So, neben dem schon klein geschnittenen Knoblauch kommt auch die Chilischote mit rein. Die habe ich entkernt. Das ist ganz wichtig, weil die Kerne natürlich das extrem scharfe sind. Und wie euch vielleicht auffällt, ich versuche es zu vermeiden, die mit den Fingern zu berühren. Aus leidvoller Erfahrung weiß ich, in dem Moment, wo ich das Ding anfasse, fängt es mir an, in den Augen zu jucken. Wir zerkleinern das Ganze jetzt 5 Sekunden auf Stufe 6. Ich setze mal noch den Messbecher ein, damit da nichts passiert. Und los geht's. Das Olivenöl brauchen wir zum Dünsten. 20 Gramm davon in unseren Kessel. Und jetzt wird es gedünstet. 3 Minuten, Varoma Stufe 1. Ich hoffe, dass das passt, weil manchmal ist es ja so, wenn man Chili anbrät, dann fangen die Augen an zu tränen. Aber hier ist ja der Messbecher drauf. Ich melde mich in 3 Minuten wieder. Zwiebeln, Chili, Knoblauch. Ist gedünstet und kein Tränen in den Augen, aber natürlich der entsprechend scharfe Geruch. Weiter geht's in unserem Rezept. Ich habe hier 12 schwarze Oliven. Die sind entsteint und es sind genau 12. Ich durfte da eben auch keine von essen, weil Hannah direkt gesagt hat, Finger weg, die sind abgezählt. Außerdem ein halbes Glas Kapern. Bisschen Soße ist noch dabei. Das ist aber jetzt nicht schlimm. Also von den Kapern so ein bisschen Saft. Ich glaube, das macht dann eher noch für den Geschmack ein bisschen was. Es gibt noch ein bisschen was dazu. Das hier ist eine meiner Lieblingszutaten. Ich habe es eben schon gesagt, Sardellen. Es gibt Leute, die schüttelt es, wenn die da dran denken. Ich mag es. Das ist ein kleines Sardellenglas mit 100 Gramm Sardellen. Das Öl, in das die eingelegt sind, habe ich vorher abgegossen. Es ist zwar immer noch so ein bisschen mit dabei, aber das ist nicht schlimm. Weil wie gesagt, das wird ja auch eine Soße für unsere Spaghetti. Und am liebsten, mir läuft wirklich das Wasser im Mund zusammen, würde ich hier eine Pro von essen. Oh, cool. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Schreibt mal in die Kommentare, mögt ihr Kapern und Sardellen? Das spaltet die Nation, glaube ich. Wobei, ich denke, wenn ihr es nicht mögen würdet, hättet ihr jetzt schon abgeschaltet. Das Ganze wird jetzt nochmal erwärmt oder gedünstet, erhitzt auf 100 Grad. Zwei Minuten, das Ganze in Stufe 2. Ich setze den Messbecher nochmal ein und dann melden wir uns in zwei Minuten wieder. Bingo! Unsere Sardellen, Kapern, Chili, Knoblauch, Zwiebel, Grundsoße ist erwärmt. Es riecht wirklich lecker. Wie gesagt, es spaltet nicht nur die Nation, sondern auch die Wunderkesselküche. Die liebe Hannah hinter der Kamera ist schon so ein kleines bisschen grün im Gesicht bei der Vorstellung an Kapern. Aber es kommt ja noch ein bisschen mehr was rein. Und zwar Tomatenpüree, also passierte Tomaten. Davon 200 Gramm. Das hier ist eine 400 Gramm Packung, deswegen wiege ich das Ganze jetzt ab. So, es ist ein bisschen mehr geworden, das macht aber nichts. Tomatenmark kommen 50 Gramm rein. Ich muss die Tube wieder ordentlich machen, sonst gibt es wieder Beschwerden, dass ich da einfach so reindrücke. Aber ich habe euch mal in der Folge gezeigt, was ich dann tue. 500 Gramm Wasser ebenfalls noch in den Kessel. Und natürlich muss noch Salz rein und zwar ein ganzer Esslöffel. Irgendwie habe ich nur dieses Salzmühlensalz hier zur Verfügung. Deswegen kippe ich das jetzt aus der Mühle hier rein. Meine Mühle, meine Küche, ich tue hier was ich will. Wir pürieren das Ganze jetzt nochmal und zwar 8 Sekunden auf Stufe 6. Und jetzt wird es 6 Minuten lang gekocht. 100 Grad, Stufe 2. Und dann ist unsere Soße, ja, soweit fertig. Was dann mit den Spaghetti passiert, das erfahrt ihr in 6 Minuten. Bis gleich. Ich finde, es riecht fantastisch. Unsere Puttanesca-Soße. In dieser Soße kochen wir jetzt aber auch noch die Spaghetti und zwar im Thermomix. Schaut mal in unseren Kanal, wir haben da schon mal ein Experiment gemacht, wie man Spaghetti kocht. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das jetzt tun. Da unten ist so eine Glocke, da drückt ihr drauf, dann kriegt ihr sogar eine Meldung, wenn es ein neues Rezept gibt. Weil wir machen hier nicht nur Pasta und Spaghetti, ganz, ganz viele andere tolle Gerichte jede Woche. Also abonnieren und wenn euch das Video hier gefällt, lasst mal einen Daumen nach oben da. Mein Lieblingsmoment kommt jetzt, nämlich die Spaghetti in den Thermomix. Man kann es sich nicht vorstellen, aber es funktioniert tatsächlich. Bevor ich das jetzt anmache, kurze Frage an euch. Würdet ihr Rechtslauf oder Linkslauf einschalten? Das Rezept, was ich hier für euch koche, ist aus unserem Wunderkessel-Forum. Hat eine Userin eingestellt und da schreibt sie explizit nichts vom Linkslauf. Und in unserem Forum ist eine hitzige Diskussion entbrannt, ob es denn notwendig ist überhaupt, den Linkslauf einzuschalten, wenn man Spaghetti kocht. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es notwendig ist, ob es nicht auch im Rechtslauf, also im normalen Modus funktioniert. Aber ich bin ein Schisser. Ich mache den Linkslauf an. Und zwar 11 Minuten mit 90 Grad auf Stufe 1. Und dann wird gegessen. Bis gleich. So, die Nudeln sind jetzt ganz verschwunden. Es sind noch nicht 11 Minuten rum, wie ihr seht. Aber ich mache jetzt mal den Messbecher drauf, damit das Rohr nicht kochen kann. Bis gleich. Das war's. Das Essen ist fertig. Ich freue mich wirklich drauf. Ich bin ja, ich hatte es anfangs schon gesagt, ein großer Fan von Pasta. Ich bin ein großer Fan von Sardellen und von Kapern. Jetzt gucken wir mal, wie die Kombination geworden ist. Das Schöne ist, man kann das direkt so aus dem Topf nehmen. Die Nudeln sind perfekt al dente, weil ich will ein bisschen mehr Soße haben. Weniger Nudeln. Kriege ich das mit dieser Kelle? Natürlich nicht. Keine andere Kelle. Aber ich habe es probiert. Ich habe es probiert, mit dieser Kelle hier noch mehr Soße drauf zu machen. Ach komm, fürs Probieren reicht's. Mein Lieblingsmoment in der Wunderkesselküche immer und immer wieder. Kai probiert Essen. Und das tue ich sehr gerne und sehr häufig. Und wenn es um Soßen geht, dann noch zweimal mehr. Es ist noch ein bisschen heiß. Ich kann nur sagen, danke lieber Hanna. Ich gucke jetzt hinter die Kamera. Danke, liebe Hanna, dass du dieses Rezept ausgesucht hast, obwohl du eigentlich keine Kapern und keine Sardellen magst. Mir hast du einen großen Gefallen damit getan. Ich finde es wirklich sehr, sehr lecker. Ich hatte am Anfang so ein bisschen die Befürchtung, dass es zu scharf wird, weil da immerhin eine ganze Chilischote drin war. Aber es ist genau ausgewogen. Es ist natürlich, ja, sehr würzig, salzig. Kapern sind salzig, Sardellen sind salzig. Wir haben einen Esslöffel Salz da drin. Wenn man das ein bisschen reduziert, ist es nicht unbedingt schlecht. Aber ich finde es genial so. Für mich ist es ausgewogen und passt, schmeckt, essig. Von mir Daumen nach oben und von euch hoffentlich auch für dieses Video. Ich sage bis zum nächsten Mal Tschüss und guten Appetit.